Aber das ist die Runde. Ich habe jetzt einen klaren Plan. Ich probiere nicht mehr einfach zu spielen, sondern ich probiere mich effektiv darauf zu konzentrieren, nochmal Gas zu geben und dann bin ich durch. Weil der Fehler ist, glaube ich, irgendwann lässt die Aufmerksamkeit nach und dann zieht sich das so krass in die Länge. Ich probiere das jetzt nicht mehr in die Länge zu ziehen. Das ist mein Plan. Ein paar Sekunden später. Okay, das geht gar nicht. An was bin ich geschlafen?